Hallo und herzlich willkommen zum Arkham Origins Multiplayer. Ich bin Vasco und danke, dass du eingeschaltet hast zu diesem Online-Modus. Ich habe natürlich absolut keine Ahnung, was hier geschieht. Hier ist ein Batman auf jeden Fall. So viel weiß ich. Und wir müssen den Gegnern Angst machen, damit sie dieses Gebiet hier verlassen. Und da ich noch nicht so viel, vor allem nicht mit der Tastatur gespielt habe, und hier immer noch mit der Tastatur am Start bin, wird das jetzt echt eine interessante Sache. Wo sind jetzt eigentlich die Gegner? Also ich glaube, dort ist doch schon so ein Mongo. Oh mein, Alter. Und wir sind glaube ich schon im Held. Also es gibt ja normale Einheiten. Oh Gott. Alter, das funktioniert hier wie ein Shooter und ich muss hier im Prinzip wie ein Shooter. Joker-Schläger gewinnen. Genau. Und da gibt es halt die Joker-Typen. Ich habe das gefährlichste Mitglied jeder Gang für Sie markiert. Sie auszuschalten, wird die anderen Einschicht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus, 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 raus. Alter, ich stelle mich hier gerade zudemlich an. Ohne Spaß. Tut mir leid, Leute. Ich habe einen Online-Modus. So, wir sind... Da hinten ist doch das gefährlichste Gang-Mitglied. Habe ich recht. So, kann ich denn jetzt hier auf so einen Pfeiler... Was ist denn das hier eigentlich? Oh Gott. Oh oh. Ah. Bam, Junge. Oh, es geht nicht. Hey, das war voll der... Oh, das war aber voll der Leck. Du bist tot. Was war das gerade? Oh mein Gott. Getötet von Cat. Ach so geil. Ja, diese... Ach, da sieht man sogar noch die... Die Todesszene. Ah, finde ich wirklich geil, dass die jetzt einen Online-Modus drin haben. Und jetzt sieht man nochmal, wie das Ganze... Nicht geschehen ist. Das Ganze hat jetzt noch einen Online-Modus. Gab es ja bisher auch noch nicht in Arkham City. Gab es ja hier nur so einen Ranglist-Modus. Und es ist mir jetzt echt gerade mega peinlich, wie ich mich anstelle. Tut mir leid, aber an der Tastatur spiele ich eigentlich gar nicht. Und den Controller, den habe ich jetzt erst gerade ihm bekommen. Und noch nicht angeschlossen. Vielleicht soll ich das mal... Ist das jetzt hier ein Feind, oder wer ist das? Ne, ist doch Robin. Robin ist das. Was macht der hier so? Und wir spielen halt einen Helden und nicht irgend so einen Mongo, sondern halt einen richtigen Helden eigentlich. Die spielen eine wichtige Rolle und versagen hier. Ach du Scheiße. So. Was ist denn jetzt hier einer? Ich sehe hier auch niemanden. Batarang. Ich könnte mal einfach mal irgendwen abwerfen. Hab ich so da... Ich glaube da hinten geht ein bisschen mehr die Action ab. Ich fliege mal hinter. Ah, hoch. Ja, sehr gut. Gerade noch... Zack. Äh, äh, äh. Ach, die haben keine Angst mehr vor mir. Ja, sagst du? Ja, dann schauen wir, ob wir das noch ändern können. Jetzt springen wir hier mal noch rüber. Ja, und jetzt. Ah, fuck. Da hätte ich gerade was machen können. Da hätte ich gerade... Oh, ne, hätte ich mir gerade... Jetzt rieche ich mir den. Ah. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Hochrangiges Ziel identifiziert. Schalten Sie sie aus und jagen Sie Ihren Geld zu sein. Scheiße. Ich drücke doch die Taste. Ah. Alter, ich kann es mit der Taste tun. Null. Was für ein Fehler. Ich dachte, ich laufe hier so als Typ rum. Und, äh, Shooter finde ich ja mit der Taste tun viel einfacher. Und jetzt bin ich hier so Batman und verkack so richtig hart. So richtig hart. Ist echt peinlich. Ohne Spaß. Ah. Bam. Nein. Nein. Sehr gut. Oh, zack. Jemand ist auf dem Weg. Jemand ist auf dem Weg. Ey, wie töte ich einen Lehnerboden? Okay. Rechte Maustausch. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ah. Nein. Aber ich glaube, haben wir nicht an ihn umgelegt. Das sei doch ganz anders, dass hätten wir welche erwischt oder nicht. Ich will lieber so einen Typen mit Maschinenpistole spielen. Weil jetzt, wenn ich schon eine Maus bin, spiele ich Batman. Voll egal. Einfach mal. Respawn. Und da sind wir wieder. Wer führt denn eigentlich die Gegner? Das geht immer überhaupt nicht klar. Oh, sehr gut. Er hat ihn down gemacht, glaube ich. Joker ist down. Oh, da drüben ist noch ein Gegner. Oh Gott, da drüben ist auch noch ein Gegner. Ah, ich wollte sliden. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, scheiße. Ich bin, glaube ich, der größte Noob auf dem fucking Server. Das gibt es gar nicht. Gibt es irgendwie sowas in der Statistik dann? Sowas wie Vollversage oder sowas. Oh Mann, ey. Warum würden wir... Ich habe den brutalsten Schläger jeder Gang markiert. Betrachten Sie sie als ihr Hauptziel. Alles klar. Die Gang des Jokers ist in der Überzahl. So, da unten ist einer. Oder was auch immer. Da ist einer. Oh, oh. Das war's je zuvor. Hä, hä, hä. Aua. Nein. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Oh, wir haben nur noch null Tickets. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Werd ich endgültig. Hier sieht man, wo die Treffer und so gelandet sind. Finde ich echt gut. Gut gemacht auf jeden Fall. Aber ich hole mir jetzt gleich den Controller und spiele gleich eine nächste Runde. Und danach... Oh, jetzt dauert der Respawn hier ewig. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei Robin. Gott, Detektivsicht. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo die Tasten sind. Einfach nur auf dem Controller weiß ich schon so ungefähr. Aber auf der Tastatur... Weil eben der Laurin, der hatte eben gerade vor ein paar Stunden noch gehabt. Weil er mit mir aus den Throat zockt und sein Tastatur mega laut ist. Habe ich ihm den halt ausgeliehen. Und jetzt... Haben wir halt ein dickes Problem, so. Ich will jetzt aber... Ich nehme mir mal den stärksten vor. Oh, das hat super geklappt. Achtung noch. Bam, Junge. Ja. Jawohl. Ausgeschaltet. Ja. Bain. Ach so. Ach so. Kämpfer sind zwei Gegner-Teams. Und wir sind hier so, die für Gerechtigkeit sorgen, oder was? So, da runter. Schauen wir mal. Den Schläger gewinnen an Zuversicht. Sie haben keine Angst vor Ihnen. Da ist einer. Der ist direkt unter mir. Ah. Den kill ich noch. Nein. Da war noch einer. Ah. Baba. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Respawn-Zeit von einer Stunde oder so. Alter, das finde ich echt geil mit diesen Statistiken und so. Finde ich ziemlich nice. Oh, doch nicht. Drei Sekunden noch. So. Batman ist wieder da. Vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das normal, dass man hier nicht so viel reißt als Held. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass... Match abgeschlossen. Oh, das war's schon. Bonus für das erste Match. Du hast das ganze Wendung gestohlen, Master Bruce. Das ist sehr bedauerlich. Master Bruce. Bitte nenne mich nicht Master. Ich war der absolute Topfersager. So, Batmans erster Jahr. Ausrüstung frei aufgewertet. Explosiv-Gel. Ähm. Batmans Skin haben wir freigeschaltet. So geil. What the fuck. Wir waren einfach mal mega gut. Alter, wir sind ja einfach mal... Dritter. Und ich dachte, ich bin voll schlecht. Hammer geil, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Oder was passiert jetzt? Moment. Bleibt mal noch dran. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Kann ich denn hier andrücken? Was? Bla, bla, bla. Achso, jetzt haben wir wieder ausgewählt, wer jetzt wen spielt, glaube ich. Und ich spiele wieder Batman, sagst du? Na, ich habe wohl ein bisschen Lack. Aber ohne Controller geht das einfach mal gar nicht. Du bist Batman. Ich weiß, dass ich Batman bin. Scheiße, Mann. So, was passiert jetzt? Nochmal dasselbe Spielchen? Ja, das kommt jetzt gleich in der nächsten Folge. Bis dahin.